ARD Text im Auftrag von Funk Da bin ich wieder Sooooo Diamanten gab es ja trotzdem nicht Aber wir waren noch im Eingang irgendwo Moment Vielleicht habe ich hier ja mehr Glück Jaaa Das Mein Glück ist unbeschreitlich Glücklich Dieses Glück hat noch keiner vor mir gehabt Lalalala 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 Sooooo Es ist einfach unglaublich spannend was wir hier tun Es entzieht sich jeglicher Vorstellungskraft Nein wirklich, es entzieht sich wirklich jeglicher Vorstellungskraft was wir hier gerade tun Und wie wenig wir hier gerade tun Warum finde ich keine Diamanten Warum finde ich keine Diamanten Ich suchte überall In den Alpen, in den Anden Die Diamanten Wer ist denn da hier gerade reingekommen Was? Wieso hast du denn das Recht in den Channel hier reinzukommen? Habe das Recht Solltest du eigentlich gar nicht haben, weil das ein gesperrter Channel ist Was? Ich habe euch gesucht Ich sehe euch ja nicht im Blick Ja Äh Wir nehmen mich gerade auf hier, deswegen Ja, ich kann ja leise sein Das wäre furchtbar mit Und ich habe endlich Diamanten gefunden meine lieben Freunde, man glaubt das gar nicht Jetzt werde ich mir bei einer Glava gefallen Boah Äh Komm, scheiß auf die Fackeln So, uh, und gleich zu viele Oh mein Gott, sehr schön Ja Was habe ich jetzt aufgucken für die Fackeln? Steine, uh Die Edeln Na gut Wenn wir nochmal so ein Ding hier jetzt ins Gesicht schwappt, dann warft es aber auch hier So Uhhh Dann tun wir mal ne Furnitur hier aufsetzen, und Uhhh Es breppten wir halt auf, es breppten wir jetzt hin gehabt Dann stelle ich jetzt hierhin, das ist mir egal Ähm, das brauchen wir auf jeden Fall erstmal Aber wie ging das? Ach, dann muss ich mal Eisen brennen, dann habe ich nämlich keinen Eisen Und jetzt wird es zu beigentlich, dass wir keine Kohle gesammelt haben. Ich brauche nämlich Kohle jetzt. Jetzt kommt wieder alles auf einmal. Super. Verzeihen es mir, aber ich muss erst mal ganz kurz... Bäh. Hab ich zwei Bossmonster gefunden, oder was? Hab ich drei Bossmonster gefunden, ey. Alter. Ich brauche Kohle, 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 da ist Kohle. Gut, dass man sich in den Höhen drauf verlassen kann, was man so dreie Meter laufen muss, bis man Kohle gefunden hat. Und was essen müsste ich langsam mal wieder, sonst verhungere ich hier. Na gut, dann haben wir gleich ein Heilgerät. Dann können wir uns gleich nochmal einen Ohrfeinder basteln. Ohrfeinder ging... Ohrfeinder ging... Ach, brauche ich ja auch Eisen, ey. Boah. So viel Eisen. Wir brauchen mehr Eisen. Was? Das hat sich jetzt nur falsch angehört. So. Hier haben wir noch ein bisschen Gold. Gold kann jeder gebrauchen. Gold regelt die Volt. Ja, aber erkennt das nicht das Sprichwort. Ne. Da hat es wieder gelackt. Ich bin nicht so gut, dass ich hier unten keine Pokémops finde. Hier ist ja gar nichts. Ich bin einfach in der falschen Höhle. Hier unten spawnt nichts mehr, weil oben alles voll spawnt. Das kann natürlich auch sein. Ist mir auch eigentlich relativ egal. Und dann machen wir 5 Eisen. Dann probieren wir das jetzt mal aus. Wie rum waren das? Diamanten in die Mitte und Eisen so außen rum? Oder war es so? Ah, ein Heilgerät. Super. Nehmen wir gleich mal. Stellen Sie es auf. Stellen Sie es auf. Und klacken da unser Wieser Samen rein. Ah, okay. Wir sind so lange festgefroren, solange das ist. Nein! Nein! Jetzt ist das Heilgerät. Man kann das nicht abbauen. Ja wow, das muss man natürlich vorher wissen. Ihr Flachzangen da draußen. Das muss mir noch einer erzählen. Das kann doch nicht riechen. Jetzt habe ich nicht mehr genug Aluminium. Ich kriege allen zu viel. Jetzt reicht es. Jetzt sterben Menschen. Oder Steine. Mal gucken. Ähm. Dann muss ich hier mal ganz kurz. Nein. Stellen wir uns wieder hin. Und klopfen eine atemberaubende Geschwindigkeit Schmiede. Jetzt kommt das Aluminium zum Blech. Erster Schritt. Oh mein Gott. Zweiter Schritt. Und. Gleich haben wir es. Ich sehe es schon kommen. Dritter Schritt. Und das noch zweimal. Was für ein Leben. Schmiede haben es bestimmt mega spannend in dem Beruf. Bei denen geht es glaube ich auch ein bisschen schneller. Zumindest sieht es sich langweilig aus bei denen. Wir sind auf einer Sunflower Planes. Ich wusste, dass ich Drogen nehme. So. Und noch eins. Dann haben wir es geschafft. Fürs Erster. Also wir merken uns die Geräte nicht wieder abbauen. Wenn sie einmal so sind, dann sollt man sie lassen. Wenn sie keinen Stress haben wollen. Wir haben auch noch. So. So. Ach so, wird schon fertig. Okay. So, der ganze Spaß nochmal. Also, viermal in die Ecken legen. Dann legen wir an die Seiten viermal das. In die Mitte packen wir einen Diamanten. Jetzt reicht wirklich das Diamant nicht mehr aus, wenn wir die Ohren noch feinden wollen. Ach ne, aber wir können ja mit dem Ohrfeinder... Stimmt, wir können mit dem Ohrfeinder ja auch schnell Diamanten uns holen. So. 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 Ich steh mal den mal hin. Ups. Zeigt er das denn an? Nein, zeigt er nicht an. Schade. Ob die Spielzeuge noch reichen bis da runter? Ich hoffe es ja eh nicht. Aber ich glaube es nicht. Das sei denn, die Erde geht bis da runter. Nein, sie ist wirklich so knapp davor kaputtgegangen, ich glaub's nicht. Dann mach ich mir halt mal jetzt ganz schnell hier so eine Holzspitzhacke hier. Das muss ja jetzt nichts Besonderes sein, einfach mal so ein... Ja, nee, Holzspitzhacke, auch intelligent. Weil man mit einer Holzspitzhacke auch Eisen, äh, Diamanten abbauen kann. Und ich bin so... Ich bin so retarded, ey, ich bin echt so retarded. Das waren nicht mal Diamanten, wo ich mich hingegraben hab. Oh mein Gott. Fail of Doom, nennt man es auch. Na gut, dann warten wir jetzt, bis die Eisendinger hier fertig sind und, äh, ja. Und freuen uns unseres Lebens. Ich schau mal jetzt, was wir noch craften können. Wir brauchen noch sechs Bleche für einen Fusilmaschinen-Deckel. Noch fünf für den... Ah, nee, für den Sockel. Fünf für den Deckel. Sechste für den Reiniger. Pff, boah, was ist denn bitte der grüne Tank? Fusilmaschine. Und... Ein orangener Tank, auch für die Fusilmaschine. Ja, meine Fusil brauche ich eigentlich erstmal nicht. Das ist mir relativ egal, erstmal. Auch das ist mir egal. Detektor. Und ein, äh, PC. Da brauchen wir mal sechs, achter, oh, 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 oh. Redstone, oh, oh, oh. Tauschbildschirm. Ja, das brauchen wir alles nicht erstmal. Ja, das Wichtigste haben wir eigentlich. Den Regenerator. Und den Rest brauchen wir echt nicht wirklich. Ach, eins? Ich sitze, eins? Na, komm schon, Baby. Na, danke dir. So, da haben wir eine Eisenspitze wieder. So, super. Dann rupp ich das Ohrding mal weg, dann rupp ich das Ding mal weg. Und irgendwo hier... ... waren jetzt die Diamanten. Achter, ich hab mich jetzt voll dran vorbeigegraben. So. Kann man so auch gleich aufsammeln, das heißt, wir müssen auch nicht drauf achten, dass es irgendwie Lada fallen könnte oder so ein Spaß. Super. Hä, ich frag mich, warum ich manchmal so switche. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Das ergibt, warum ich hier irgendwas abbau, nicht, dass ich direkt hier in die Lava reinspringe. Hab gehört, das macht sich nicht allzu gut. So, dann passen wir uns mal eine neue Hacke. Eine Diamantenspitzhacke. So. Dann können wir das Eisengestühl mal hier reinwerfen. So. Reinwerfen. Reinwerfen. Ähm... Das ist schwarzeig. Eisenschwert haben wir ja gerade. So, wir haben einen Ambus. Jetzt suchen wir mal, schauen, was wir noch alles... ... mit Diamantincraften. Wir könnten uns einen Windfloyret holen. Das macht zehn Angriffsschaden. Da brauchen wir aber noch Gold. Einen Shiny Daxchion haben wir gefunden. Und ein Boss Magikar. Aber brauche ich beide, das war nicht. Und ich wollte doch mal gucken, wie die Sonderbonbons funktionieren. Also, dass wir alles Diamant machen können jetzt. Werken spielerzauberstück, kennen wir ja alles schon. Das ist ja, das ist ein Eisgym. Vom Pixelmon Mod. Und ein Detektor. Und Turbo-Träder. Da brauchen wir noch zwei Federn. Was wollte ich gerade mit Diamant und Gold machen? Achso, ein Windfloyret. Um uns ein bisschen besser... Ich könnte das so richtig schon mal ganz gut gucken. Wir werden jetzt einfach die Mods benutzen. Ich werde mich jetzt nicht vorzieren, diese Mods zu nehmen. Weil wir haben sie installiert. Wir nutzen sie jetzt auch. Wir haben immerhin eine ganze Menge Mods, die wir jetzt gleichzeitig noch hochstemmen müssen. Oh, das ist obsidian, oder was ist das? Und da kann man einfach mal... Und für die ganzen Mods, die wir jetzt gleichzeitig noch hochstemmen, das Zeug nicht wützen. Das ist eigentlich kein Wissen mehr. Jetzt kommt mir, wie hast du dir durch drei Tonnen Kies krabbeln. Durch Kies krabbeln, verstehst du den Witz? Witzig. Oder auch nicht. Ähm. Also, da haben wir schon mal Diamanten. Das muss obsidian sein. Was könnte es sonst sein? Ne, das ist gar nicht. Das ist Badrock, alter. Wir sind im Badrock. Wir müssen uns jetzt irgendwie durch den Badrock zu den Diamanten vorkämpfen. Das wird lustig. Sieht übrigens nicht so aus, ob wir es schaffen würden. Da sind echt unter dem Badrock Diamanten drunter. Das ist ja gemein, ey. Wie soll man da rankommen? Das ist fies. Lass mich raten, die sind auch vollkommen unter dem Badrock. Oder der eine. Das ist ja nur ein einziges noch. Lass mal ne Fackel vor euch aufstellen, damit ihr was seht. Ich weiß ja, wenn ich nur noch wenig sehe, dann seht ihr, äh, gar nichts mehr. Deswegen... Lieber ne Fackel mehr. Ja, in die komme ich. Kann mir sogar holen, super. Aber an die komme ich nicht. Ähm... Kies kann hierbleiben. So, dann gehen wir nach oben wieder. Ah, okay, das hat jetzt nicht weiter gebrannt. Ähm, ich brauche aber auch gar nicht so viel. Ich setze aber schnell hier drüben das Ding hier auf. Mal schauen, ob ich noch irgendwas finde. Nicht wundern, falls ihr das Geräusch gerade gehört habt. Das war mein, äh... Das war ein Handyspiel von mir. Alter! Mal gucken, ob ich hier was finde. Halt mich nicht zum Namen. Hier kommen erst mal übel die Diamanten raus. Schon klar. Das ist so krass. Du läufst durch die Höhle, denkst dir, schade, dass keine Diamanten hier sind. Und in Wirklichkeit verbergen sich hier diese Tonnen an Diamanten in den Wänden. Und du weißt es gar nicht. Du kannst es einfach gar nicht wissen. Und jetzt holen wir uns die Diamanten. Sehr schönes Gerät. Gefällt mir. Und da sind Diamanten. Und da sind Diamanten. Ja, warum denn nicht? So, hier, nehmen wir auch alle mit. User left your channel. Hat einer den Generalverlass, ich nehme ansteigern. Das war da opened. So. Auch hier haben wir noch Diamanten. Nehmen wir auch alle mit. Ich hab, das sind wieder welche, wo ich nicht so einfach rankomme. Obwohl, das sieht noch einfach aus. Ich höre die ganze Zeit schon Lava. Ich hab mir so Schiss, ich stehe gleich in die Lava-Klatsche. Na gut. Das verlief einem noch einmal glimpflich. Noch ein Budi aus. Ja, da hinten sind noch zwei. Wie viel hab ich denn? 22. Das reicht aus. 22 reicht aus. Reicht, 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 reicht aus. 22 reichen aus, reichen aus, reichen aus. So, dann machen wir uns nämlich ganz kurz mal hier. Klack, klack, klack. Ah, nein, uns fehlt. Nein, das kann nicht sein. Uns fehlt ein Smaragd. Ich glaub's nicht. So, dann stelle ich noch mal ganz kurz das Ding hier auf. Aber nicht hier, sondern hier drüben. Und mach's Smaragd an. Oh, da finden wir wirklich welche. Ist das Gold? Who ist einer? Wir brauchen einen K monteren. 7-12 action. Wir brauchen sie gegen die Spiel. Baby Ver Cabineberg hat sich auf. Vielen Dank.